guten abend herzlich willkommen zurück zu ich habe doch mal was vorbereitet ich habe zurzeit gar keine alliierten weil ich ja was vorbereitet habe die können ja das war der a knopf richtig und ruhig wieder raus kommen und mir turbo geben so ist das ja nicht das ist nicht verboten was war mein gedanken den ich gerade aussprechen wollte aber vergessen habe ich habe da mal was vorbereitet und drei orte auf der karte markiert zu einem davon fliege ich jetzt schon ich denke mal das habt ihr bemerkt ganz grob währenddessen sehe ich ja hier so eine kleine blütenförmige insel kein stern ist er so eine blüte ich gerade was am überlegen war ja das ist jetzt erst mal egal aber das ist jetzt runtergefahren vielleicht markiert nö ist ja notfalls dadurch das ding im himmel markiert dann markiert mir halt nicht erst das wollte ich zu rot und soweit ist es kein boot dort sollte wenn ich mich nicht irre einschreien das blass mich mal nach vorne danke sitzen wir mal hier so vorsichtig unter wie hat dieser doch wie und jetzt gleich jetzt mit zu bremsen heute jedoch nicht heute jedoch gönnen wir uns hier den schrein jetzt ich bin übrigens mittlerweile tatsächlich am überlegen ob ich mit diesem let's play jetzt wirklich also wirklich wirklich über 100 teile hochkommen will licht im dunkeln gar kein problem spielt wahrscheinlich dass das licht einfach alles erleuchtet haben ja ich sehe schon mal ein bisschen was nach weil ich einfach alles erleuchtet hat aha wäre mit ruhe wenn ich mir doch da drin danke für den bernstein danke für den bernstein interessant okay noch eine truhe also überhaupt licht zu haben ist schon ziemlich okay das hätte ich jetzt hier leuchten mit wenn ich es denn hinkriege aber na ich bin heute hier einfach ausgeleuchtet hier einfach ausgeleuchtet noch eine truhe das ist lustig wenn auch sehr rumpf jetzt wo ich schon alles beleuchtet habe oh ein kleiner schlüssel super da freue ich mich einen kleinen schlüssel hier passiert mir doch wenn ich halt tot und auch wenn ich halt tot gut aha aha oh nein diese gefahr was soll ich nur tun? zieht mich! was soll ich nur tun? jetzt bin ich hier oben und hier gibt es noch mehr licht und ne truhe ein sonarium bogen mit angriffskraft plus ja ist schön und gut aber brauche ich jetzt gerade wenn man bedenkt dass ich mit dem schreien fertig bin brauche ich das jetzt nicht wo ist mein schild öffne dich schneller ich habe keine zeit dafür ich musste welt retten ich musste welt retten wir haben doch keine zeit übrigens erinnert ihr euch noch als ich angekündigt habe dass ich vergesse mir das herz zu holen ich habe vergessen mir das herz zu holen ich weiß es ist ein schock von daher hat mit noch mal ruhig durch das ist okay ich bin auch überrascht aber es ist halt auch okay dann nächster hier der blaue schnell hin muss ich da schnell hin möchte ich die zeit meiner verschwinden ja nein vielleicht später ihr habt pech ihr habt jetzt ein fucking das ding heute zu ja geht doch fragen wird sich doch wohl jetzt nicht anstellen nur weil das ding OP ist ja hier die weite Ebene richtig schönes gebiet eigentlich und das ist auch einer der ersten stelle die ich gesehen hatte aber deswegen sind wir heute nicht hier deswegen sind wir nicht hier erst mal wegen der Höhle die wohl glaube ich hier dann ist ich gehe mal davon aus dass da dann hier eine Höhle ist weil wo sonst sollte sie sein Höhle Hallo Schildkröten Gigastützpunkt oh ein Gigastützpunkt was machen wir denn hier jetzt mit euch immer wachsam bleiben da hast du recht wäre ja eine Katastrophe wenn einer einfach sollt ihr mich verarschen wer ist da du bist link du bist wohl hier um unseren Schneider mitzunehmen dafür werde ich bezahlen okay kann ich euch jetzt einfach töten okay du hast das schon warte mal kurz ich muss hier fix ein Puppe machen okay das Schwert kannte ich noch nicht keine Sorge ich werde euer nutzloses Schwert da liegen lassen Dich kannte ich auch noch nicht danke das war ganz so beeindruckend doch dann nehmen wir auch sein Langschwert in unser Album auf klar möchte ich später nicht kaufen die Bilder auch wenn ich glaube ich leicht maybe wenn ich genug Geld hätte mach mal hier den Weg aus als würde man da runter kommen ne ja die gefunden das Mario isignum wieder eins mehr ähm hier ist es dann Bernstein Bernstein Feuerstein hier die Belohnung gewesen fürs Forschen Belohnung in Anführungszeichen diese Mario Signums davon hab ich ja jetzt doch schon paar aber wer das Signum nicht ehrt ist das andere Boni der irgendwann kommt bestimmt nicht wert ich hätte lieber was zum schneiden geht dann schneller kaputt ja denn wir wollen ja die sonst noch was nur das geheime Bananenlager okay dann ich hier einen Diamanten haben danke für gar nichts aha da gehe ich wohl später hin Arne eine Geschichte die mich nicht interessiert und Viecher Geheimraum uh ein Geheimraum könnte der nur sein könnte nur dieser Geheimraum sein hätte eine Idee wo ein Geheimraum sein könnte dies ja nicht hi darauf hab ich gewartet es heißt doch wenn eine schöne Dame in Not gerett der Held von Hyrule sie retten wird also habe ich gewusst dass du kommst gib mir die Jägerhose Dankeschön und geh einfach bring dich in Sicherheit hier mit Gott aber Stellmomentum bla 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 Anforderung sparsam basteln okay ja ähm hier sieht man wahrscheinlich die Orte wo die Jägerbande ist eins hier oben eins da unten noch eins da und eins da oben rechts ich bin bisher nur an einen dieser Orte auf der Karte und dort bin ich gerade insofern ich besuche die Jägerbande ein anderes Mal erneut dann hab ich ja noch vorne ein weiteres Ziel auf der Karte im gelben Bereich ähm ich will mal Lust hier wieder haben gibbi 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 ist einfach OP macht es euch auch ist jetzt OP wenn ihr es euch nicht macht warum macht es euch also das Bike ihr könnt euch ja auch andere Sachen machen aber ich rede gerade vom Bike aber ihr dürft euch auch andere Sachen selber machen so ist das nicht da vorne ist der riesengroße abgrundes Schloss Hyrule sieht schon episch aus im Hintergrund also Kudos an das Level Design das sieht cool aus hier vorne irgendwo irgendwie irgendwas hoffentlich sonst wäre ich ja falsch abgebucht falsch markiert und das war ja mal nicht hoffen das wäre das so ein Quest gewesen und davon wird ok ok ja kein problem ja kein problem erst mal markiere ich mir hier den ort dann mit rot und löschen mal hier denn hier und der bett wie dem auch sei hier unten richtig krasse gegner also richtig richtig krasse gegner oder was glaubst du was wir hier tun wo sich das nämlich auch auf hier alles wegrollen zu lassen schon ein herz aber ich will auch dein horn es war schon ein herz aber eigentlich ja der folie den goldenen apfel wollte und vielleicht diesen und vielleicht auch aber stimmt eigentlich navik sprach es werde nicht es wurde nicht navik sah dass es gut war jungs ähm ich sehe euch zum beispiel da du tot beide beide einfach so hier ist eine kleine ruhe die dunkle höhle wird ganz schön groß hier im dünn 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 ein schreien ja ein dickes ding was da hinten das wie ein schrein aussieht ein schrein wäre hier hat auch verdauungsstörungen scheiß auf das königs schild der schrein den betrete ich gleich nachdem ich hier gefarmt habe denke ich darf ja wohl mal kurz die runde hier fertig fahren denn hier sind ja edelsteine das brauche ich im fall dass irgendwann mal einer unbedingt edelsteine kann jetzt betreten wir den schrein jetzt betreten wir den schrein oh gott ein so raues ding ja hier wirklich alles nur noch rau ja große sohn auf einer geh ja auch nur ei 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 so so fühlt sich das nicht gut an nintendo wenn ich einfach nur noch alles geschenkt kriege naja volle herzen volle herzen wer jetzt auf die karte guckt der sieht auch schon wo ich jetzt hingehen möchte denn hier tut sich so ein abgrund in den untergrund auf was brauche ich das warte und oben mit dem link durch die erde Ja, 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 ja. Ja, ja. Reicht jetzt auch, Link, ne? Ja. So. Mal hier mal den Berg aufsteigen. So ein Loch vom Kataklysmus. Abrufen. Ein Bär! Der ist ordentlich was zum Mampfenwert. Der Typ wäre mir egal gewesen, aber der Bär, den brauchte ich. Den Bär, den musste ich schießen. Das war ja hoffentlich eben klar. Dann, Hyrule Gras, wunderbar. Mal den Untergrund. Abgrund der Ulmo Anhöhe. Ganz schön weit runter. So, von der Karte her sind wir jetzt offiziell im Abgrund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sieht alles direkt gefährlich aus. Ist denn hier drüber der Schrein gewesen? Gut, dann will ich erst mal hier zur Rundenmarkierung und Licht in. Da ist er. Da will ich ja erst mal Licht in die Gegend bringen. Und wissen, wo ich hier gelandet bin. Heieieieiei. Wo ist es, ihr Licht? Nice. So. Net am Netwurzel. Lass die Gegend erstrahlen. Sieht mir ja aus. Gäbe es dort noch Geheimnisse. Nicht tatsächlich. Das sieht interessant aus. Für den Moment zumindest ausreichend interessieren. Und ein versteckter Jäger wandert. Muss ich auf den Brunnen gehen. Von da oben. Oh ja, definitiv weg der Jäger wandert. Das könnte lustig werden. Hoffentlich wird das lustig. Alles andere wäre traurig. Jo, Kumpel, was geht ab? Vielleicht dir helfen? Bitte, was? Jetzt reicht es ja aber. Was da jetzt? Ruhe. Kann ich da ja hochgehen. Wenn ich es denn schaffe. Hä? Darf ich da nicht hoch... Hä? Wie dumm. Kann ich da nicht fertig hochklettern, oder was? Was? Halt hier hoch. Ja, hier darf ich. Okay. Macht ja Sinn. Nicht. Das hat halt einfach mal keinen Sinn ergeben. Aber das ist auch... Ist auch nicht weiter. großer Sonor-Energie-Kristall. Nett. Und? Ist doch nicht ein Bauplan, ne? Ein Jäger-Bauplan, ja. Das baue ich nach... Ein Fischerboot. Habe ich gelernt, ein Fischerboot zu bauen. Das ist ja nett. Das war's, was ich hier lerne. Fischerboot zu bauen. Naja. Ja. Dann. Ach, Guter. Willst du wirklich sterben? Das ist dein Wunsch. Nein, ich... Sag es dir gerne. Den Wunsch kann ich dir erfüllen. Den Wunsch kann ich dir wirklich gerne erfüllen. So ist das nicht. Du siehst gar nicht, was ich mit dir mache, bevor ich da bin. Da, wo du bist. Da bist du. Hey! Was geht ab? Ich bin doch nicht so nervös. Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Ich... Wo fliegst du uns überhaupt hin? Irgendwie will ich den Arm gar nicht mehr töten. Er wirkt so nervös unbeholfen. Möchte ich dir was Gutes tun? Möchtest du vielleicht... Banane? Ruhet mich das? Okay, kannst du es wecken. Okay. Okay, dann probieren wir jetzt was anderes aus, okay? Könnte ja auch einfach. Okay, dann siehst du mich nicht mehr. Wurde gerade von einem Qualmaring umgebracht. Der Jäger-Clann. Hahahaha